Ich lese zwei Kapitel aus meinem Roman Möchtegern. Ich sagte Ja. Ich sagte Ja. In den Telefonhörer hinein. Nein sagen konnte ich nur auf dem Papier, wie ich überhaupt vieles nur auf dem Papier konnte. Deshalb vermied ich es möglichst zu telefonieren. Wenn ich in der Nacht zuvor geschlafen hätte, wäre das nicht passiert. Ich hatte den Hörer abgenommen, weil ich nicht ganz wach war und weil die Fahrer von Döner King manchmal mein Haus nicht fanden. Es lag am Waldrand zwischen zwei Dörfern und fiel so durch die Raster der meisten Navigationssysteme. Seit Jahren bestellte ich mein Essen bei Döner King. Ich hatte schon daran gedacht, einen Anfahrtsplan zu zeichnen und ihn an die Fahrer zu verteilen. Die schneller wechselten, als sie sich meine Adresse merken konnten. Es war bei dem Gedanken geblieben, wie so vieles in letzter Zeit. Ich nahm das Telefon ab. Ja. Mimosa Main. Was für ein Name. Ja. Stefan Buchholz vom Schweizer Fernsehen. Nicht der Döner King, Buchholz. Warum auch nicht? Bücher waren schliesslich aus Holz gemacht, wenn man es genau nahm. Aber wer nahm es schon genau? Und warum dachte ich über den Namen nach? Ich hätte besser zugehört. Der junge Mann duzte mich. Das fand ich eigenartig. Vor allem, da er mich gleichzeitig mehrmals als die grosse alte Dame der Schweizer Literatur bezeichnete. Dabei war ich gerade mal… Wie alt war ich überhaupt? 50? Nein. Definitiv noch nicht 50. 45? Die Jahre liefen ineinander. Was hatte der junge Mann eben gesagt? Egal. Ich unterbrach ihn. Auf Französisch würde es doch viel besser klingen. Wie sich ihn zurecht. Versuchen Sie es mal. Grand Dame. Klingt doch schon ganz anders. Finden Sie nicht? Und das Alt können Sie auch gleich weglassen. Vor allem, wenn Sie etwas von mir wollen. Das sagte ich mit meiner Telefonstimme. Tief und träge, als läge ich auf einer Chaise longue, rauchte aus einer Zigarettenspitze, balancierte einen ridikülen Pantoffel auf der Fussspitze. In Wirklichkeit saß ich in 20 Jahre alten Jeans an meinem Küchentisch, meinen Lieblingsjeans, die außer Haus zu tragen, Simone mir verboten hatte. Entschuldigen Sie bitte, sagte der junge Mann, der so schnell keine Frau mehr duzen würde. Mein Lieblingsjeans, die mixture Künstler sagte der Argued an, wow das ist voll, das stimmt. Vielen Dank.